Oh, das ist alles so kryptisch! Warum kann ich das denn nicht kaputt machen? Hier, vielleicht? Ah, warum? Was ist das hier? Wie komme ich hier weg? Moment. Was war das da unten gerade? Nimm es doch mal! Mein Gott! Was ist das da unten? Ach! Verschlossen. Das ist noch so ein komisches Ding. Ich bin so verwirrt, ey. So, wo war jetzt das... War das hier? Ne, hier waren die Mädchen drin, ne? Oh Gott! Gipfelschuppen. Ne, war doch hier. Okay. So. Okay. Eins fehlt noch. Und ich weiß, wo es ist, nur ich weiß nicht, wie ich rankomme. Aber vielleicht bringt das was... Vielleicht kommen wir hier noch irgendwie weiter. Weil das ist irgendwie ein bisschen komisch, dass man nur... Ja. Ja. Das war... Das war die Tod. Hm. Ja. 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 Mann. Was ist das überhaupt für eine komische Musik? Ja, ich möchte gerne weiterspielen. Ich weiß nicht, wie ich hier vorankomme. Das ist echt doof. Ich werde mich jetzt hier nochmal ein bisschen weiter... Nee, Moment. Moment. Ich werde zurückgehen. Moment. Ich kann ja auch mal... Wo ist denn hier eine Feder? Da. Habe ich 16 Stück von? Könnten wir ja mal eins von... Könnten wir ja mal benutzen. Da muss ich den ganzen Weg nicht laufen. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen im Bildschirm. So. Okay. Dann werde ich jetzt... Wieder nach... Gott! Lauf doch mal da hoch. Ähm... Werde ich jetzt wieder... Unten zu den Maschinen gehen. Auf Maschinenraum genannt. Und werde dann mal das Fleisch ein bisschen kokeln. Und hoffe, dass das funktioniert. So. Wenn das jetzt direkt nicht... Äh... Durch ist... Dann... Werde ich euch das rausschneiden. Weil das möchte ich euch echt nicht antworten. Ja, gut. Dann werden wir uns, äh... Wiedersehen. Wenn das Fleisch durch ist. Ja. Bis gleich. Tja. Ich hab jetzt... Weiß ich nicht. Ich gefühle tausendmal das Zeug da reingeschoben. Aber es funktioniert nicht. Aber ich habe gerade noch etwas anderes gelesen. Und, äh... Als Herr war... Müssen wir noch was hier reinschieben. Dann kriegen wir nämlich das Alu. Was wir, glaube ich, brauchen. So. Dann müssen wir erstmal unreines Hartton da reintun. Und wir haben unreines Hartton. Normalerweise sollten wir jetzt reines Hartton bekommen. Oder ich schiebe es nochmal hier rein. Was ist denn? Ne. Geht nicht. Äh... Tja. Und schon wieder weiß ich... Moment. Ne. Kann ich nicht kaputt machen. Schon wieder weiß ich nicht, wie ich weiterkomme. Moment. Ne Banane können wir auch noch da rein. Vielleicht geht das hier. Wo ist die Banane? Da. Ui. Gebackene Banane. Das hört sich doch schon mal gut an. Vielleicht kann der uns noch irgendwas sagen. Okay. Das heißt... Ich gehe mal zu den Leuten hier oben hin. Kann ich dich kaputt hauen? Ne. Ach man, das ist doch doof. Na gut, ich würde sagen, ich mache hier für heute Schluss. Und werde mich noch ein bisschen intensiver in das Walkthrough reinlesen. Und werde auch von Anfang an komplett mal durchgehen, was mir noch fehlt. Was ich noch machen muss irgendwie. Weil irgendwie, ich glaube, uns fehlt da irgendwie eine ganze Menge, die wir am Anfang verpasst haben. Na gut, dann hoffe ich mal, dass euch das bis hierhin gefallen hat. Es ist sehr anstrengend. Aber gut, dann hoffe ich mal, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss.